Der AMG One ist der erste Supersportwagen der Welt mit Formel 1 Hybridantrieb. Wir haben dieses Projekt mit einer völlig neuen Vision für Future Performance gestartet. Mit Formel 1 Hybridtechnologie für einen Hypercar, wie es die Welt noch nie gesehen hat. Das Ergebnis ist ein einzigartiger Supersportwagen mit einzigartiger Technik. Dazu gehört ein innovativer Allradantrieb, eine Hinterachse mit Hybridtechnologie und eine elektrische Vorderachse mit Torque Vectoring. Ohne Zweifel handelt es sich hierbei um das komplexeste Projekt unserer 55-jährigen Firmengeschichte. Formel 1 Technologie alltagstauglich zu machen, hat uns vor große Herausforderungen gestellt und uns an die Grenze des Leistbaren gebracht. Aber AMG Spirit heißt auch, niemals aufzugeben, mit dem Team weiterzukämpfen und selbst die schwierigen Corona-Zeiten zu überwinden. Wir bei Mercedes-AMG sind entschlossen, die Zukunft von Driving Performance neu zu definieren. Gerade die Elektrifizierung des Antriebsstrangs spielt dabei eine zentrale Rolle. Dies beginnt beim Energiespeicher des AMG One, einer Hochleistungs-Lithium-Ionen-Batterie, die auch aus der Formel 1 stammt. Der AMG One trägt das neue Technologielabel von Mercedes-AMG, E-Performance. E-Performance steht für überragende Leistung und gesteigerte Effizienz durch Elektrifizierung. Unser Hypercar AMG One ist das spektakulärste Fahrzeug, was unsere Ingenieure je auf die Straße gebracht haben. Seine Komplexität geht dabei weit über das reine Zahlenwerk hinaus. Und die Zahlen sind beeindruckend. 1.063 PS und eine Höchstgeschwindigkeit von 352 km pro Stunde sprechen für sich. Heute können wir mit Stolz sagen, der AMG One ist die Speerspitze unserer Elektrifizierungsstrategie. Er zeigt, was Mercedes-AMG zu leisten imstande ist.